Er wurde verehrt und verteufelt, geliebt und gehasst. Otto von Bismarck. Mit Blut und Eisen schafft er die deutsche Einheit. Er ist ein Mann der Widersprüche in einer Zeit massiver politischer Umbrüche. Seine große Liebe macht er zu seiner engsten Vertrauten, Johanna von Puttkammer. In über tausend Briefen legt er ihr sein Innerstes offen. Wenn es so etwas gibt wie Seelenverwandtschaft, dass die beiden das miteinander hatten. Die zwei Leben des Otto von Bismarck. Jetzt in ZDF History. Mai 1866. Der Student Ferdinand Cohen-Blind ist nur aus einem Grund nach Berlin gekommen. Er will den drohenden Krieg verhindern, bei dem auf beiden Seiten Deutsche stehen. Der schwärmerische Patriot sieht nur eine Lösung. Er muss den Mann beseitigen, den er als Verräter an Deutschland sieht, als treibende Kraft für den Bruderkrieg. Es ist der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck. Er ist dem König treu ergeben und ein Gegner von Parlament und Demokratie. Mit Waffengewalt will er die vielen deutschen Staaten unter preußischer Herrschaft vereinen. Bismarck ist überzeugt. Nicht mit Worten, sondern mit Bayonetten würden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das wendet sich nun gegen ihn. Das Arbeitszimmer Bismarcks in Friedrichsruhe bei Hamburg. Zur Hinterlassenschaft Bismarcks zählt die Pistole des Attentäters. Eine Waffe, die den Lauf der Geschichte hätte verändern können. Wie die gestopften Einschusslöcher zeigen, wurde Bismarck von mehreren Kugeln getroffen. Doch seine dicke Kleidung dämpfte ihre Wucht. Er erleidet nur Prellungen. Die Waffe des Attentäters, der sich im Gefängnis umbringt, bewahrt Bismarck als Andenken. Auch er ist bereit für seine Ziele, alles zu riskieren. Bismarck selbst hat einmal gesagt, wenn dieser Schlacht verloren geht, oder die Schlacht, der Krieg verloren geht, bleibt mir im Prinzip nur noch der Weg des Selbstmordes. Alles oder nichts. Ein Zug, der schon den jungen Bismarck prägt. In Schönhausen an der Elbe wird Otto von Bismarck vor 200 Jahren am 1. April 1815 geboren. Sein Vater, Karl Wilhelm Ferdinand, stammt aus einer alten, märkischen Adelsfamilie. Seine Mutter, Luise Wilhelmine, ist aus bürgerlichem Hause. Schon bald zieht die Familie auf das väterliche Rittergut in Pommer. Zeitlebens wird Otto die Natur und die Tiere lieben. Doch die ehrgeizige Mutter hat große Pläne. Mit nur sechs Jahren schickt sie ihn in eine preußische Erziehungsanstalt in Berlin. Das wird er ihr nie verzeihen. Er hat gesagt, meine Mutter war kalt und herzlos gegen mich. Als Kind hasste ich sie. Und die Prägung sehr früh schon eigentlich keine Wärme, keine Geborgenheit, sondern er hatte schon sehr früh das Gefühl, ich muss das alleine hinkriegen. In Göttingen studiert er Jura. Der junge Mann fällt auf, doch nicht durch gute Noten. Er will sich beweisen, trinkt seine Kommilitonen unter den Tisch und glänzt beim studentischen Fechtkampf. Der Haudegen verliebt sich gleich mehrfach, reist quer durch Europa und verspielt ein Vermögen. Mittellos und ohne Aussichten kehrt er nach Hause zurück. Dort verliebt er sich in die tiefgläubige Marie von Tadden. Die ist schon verlobt mit Bismarcks bestem Freund. Marie weiß Rat. Sie stellt dem Verehrer Johanna von Puttkammer vor. Ihre beste Freundin. Keine klassische Schönheit, aber eine Frau mit Charakter. Eigentlich nicht Bismarcks Typ. Er war einer, der sehr gerne geflirtet hat, der die Frauen verehrt hat. Vor allem die klugen, charmanten, eleganten Frauen aus der höheren Gesellschaft. Da gibt es viele Geschichten. Nur die Frau, die zu ihm passte, war wirklich Johanna von Puttkammer. Weil sie war eine Art Seelenschwester. Erst zwei Jahre später kommen sich die beiden näher. Bei einer Wanderung im Harz. Otto von Bismarck gilt als Hallo, Dreh und Raubein. Johanna dagegen als bescheiden und fromm. Kann das gut gehen? Er hat gemerkt, diese Frau ist sehr stabil. Die kann mir den Rücken stärken. So etwas braucht mein leidenschaftliches, unstetes Temperament. Der als toller Junker verschriene Junggeselle muss nun noch Johannas Vater überzeugen. Verehrter Herr von Puttkammer, ich beginne dieses Schreiben damit, dass ich Ihnen von vornherein seinen Inhalt bezeichne. Es ist die Bitte um das Höchste, was Sie auf dieser Welt zu vergeben haben. Die Hand Ihrer Fräulein Tochter. Auf sieben Seiten stellt er sich als reuigen Sünder dar. Das kommt an. Ihnen gelingt das mit Wendungen, mit Schmeicheleien, mit Bildern sprachlicher Natur, die Heinrich von Puttkammer tatsächlich so einnehmen, dass er am Ende dann der Vermählung auch zustimmt. Am 28. Juli 1847 heiraten Otto von Bismarck und Johanna von Puttkammer. Es wird eine glückliche Ehe. Drei Kinder bekommt das Paar. Erst Tochter Marie, dann die Söhne Herbert und Wilhelm. Nur wenige Monate nach der Hochzeit im März 1848 gehen in Berlin die Bürger auf die Barrikaden. Sie fordern mehr Rechte und Mitbestimmung. Überall in Europa kommt es in diesen Wochen zum Aufstand gegen die Herrscher. Der preußische König geht auf die Forderung der Revolutionäre ein. Zunächst. Bismarck hält es nicht zu Hause. Er geht nach Berlin und agitiert dort gegen die Revolution. Als glühender Verteidiger der königlichen Rechte macht er sich einen Namen. Es ist völlig richtig, dass er ganz bewusst, nicht zuletzt dank seiner rhetorischen Fähigkeiten, bei seinen entsprechenden politischen Auftritten die Dinge zugespitzt hat. Über die Maßen zugespitzt hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Das gelingt. Stolz schreibt Bismarck seiner Frau. Liebe Nanne, gestern war ich beim König zur Tafel. Der König rief mich nachher zu einer stundenlangen Audienz in sein Kabinett. Dein für immer Bismarck. Nach dem Sieg über die Revolution belohnt der König Bismarck mit einem wichtigen Posten. Der Weg in die Politik verläuft in der Tat nicht gradlinig. Erst 1851, mit der Entsendung als peußischer Gesandter zum Deutschen Bundestag nach Frankfurt, bekommt er dann die Chance, tatsächlich die politische Karriere einzuschlagen, die er sich seit langem offensichtlich gewünscht hat. Frankfurt am Main ist Sitz des Deutschen Bundes, dem 30 unabhängige Staaten angehören. Er soll den Frieden sichern und die Verteidigung nach außen. Die beiden deutschen Großmächte, Preußen und Österreich, geben hier den Ton an. Für Bismarck eine Großmacht zu viel. Für beide ist kein Platz. Wir atmen einer dem anderen die Luft vor dem Munde fort. Einer muss weichen. Schreibt der frischgebackene Gesandte. Fast neun Jahre leben die Bismarcks hier. Es sind die glücklichsten in ihrem Leben. Auch als Diplomatenfrau bleibt Johanna Gans sie selbst. Bismarck bestärkt sie darin. Er hat mal zu Johanna gesagt, Bemühe dich nicht, eine steife, glatte Hecke zu werden, sondern wachse lieber wild und frei wie eine Waldrose. Also er wollte auch, dass sie sich entfaltet. Sind sie getrennt, schreiben sie sich fast täglich. Auch politisches. Bismarck mahnt Johanna zur Vorsicht. Vergiss nicht, wenn du mir schreibst, dass die Briefe nicht bloß von mir, sondern von allerhand Postspionen gelesen werden und tobe nicht gegen einzelne Personen darin, denn das wird alles sofort wieder an den Mann gebracht und auf meine Rechnung geschrieben. 1859 wird Bismarck preußischer Gesandter in St. Petersburg. Drei Jahre später in Paris. Doch er will Regierungschef in Berlin werden. Als der König zögert, reist Bismarck ohne Johanna zum Badeurlaub in südfranzösische Biarritz. Dort begegnet er der jungen Russin Katharina Orlov, 20 Jahre jünger als er, verheiratet und bildhübsch. Bismarck verliebt sich in die Nichte, wie er sie in seinen Briefen nennt. Das hat um ein Haar fatale Folgen. Beinahe wäre Bismarck ja die Liebelei zum Opfer gefallen, weil er mit Katharina im Atlantik badet und die Strömung sie auf das Meer heraustreibt und ein französischer Leuchtturmwärter Bismarck dann am Ende rettet. In Frankreich hat das im Übrigen in den nachfolgenden Jahren mitunter dazu geführt, dass man diesen armen Leuchtturmwärter verdammt hat, denn wenn er damals Bismarck nicht gerettet hätte, wäre möglicherweise die französische und auch die deutsche Geschichte anders verlaufen. Es sind aufregende Wochen im Leben des 47-Jährigen. Jahrelang wird er die junge Russin immer wieder treffen und ihr innige Briefe schreiben. Ob seine Frau das gut findet? Sie hat gesagt, ein Pferd muss man auf die Weide lassen, das kann man nicht immer einsperren. Und sie hat genau gespürt, wie sehr er das braucht, diese anderen Frauen und dieses Divertissement und diese tête-à-tête, sie war nicht eifersüchtig. Und wenn sie es war, dann hat sie das ganz gut so für sich weggeschoben. Eine Regierungskrise führt Bismarck zurück nach Berlin. König und Parlament sind heillos zerstritten. Der König fordert mehr Geld für eine größere Armee. Das Parlament will es ihm nicht geben. König Wilhelm I. will schon abdanken. Jetzt schlägt Bismarcks Stunde. Als neuer Ministerpräsident soll er den Kampf gegen das Parlament führen. Den Abgeordneten erklärt er schon beim ersten Auftritt kämpferisch. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut. Er hat gesagt, die großen Fragen der Politik werden in der Diplomatie oder im Felde entschieden. Das heißt da, wo gehandelt wird, wo etwas dabei rauskommt. Und Blut und Eisen meint nur Taten, Taten entscheiden. Vier Jahre später will er seine Worte unter Beweis stellen. Im Deutschen Bund kommt es zum Streit um die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Die Preußen für sich beansprucht. Die Mehrheit der deutschen Bundesstaaten, geführt von Österreich, ist dagegen. Will keinen von Preußen dominierten Deutschen Bund. Als ihre Gesandten in Frankfurt für eine Mobilisierung des Bundesheeres gegen Preußen stimmen, hält der preußische Vertreter auf Bismarcks Weisung dagegen. Im Namen seiner Majestät, des Königs von Preußen, erkläre ich, erstens, Preußen betrachtet diese Abstimmung als Kriegserklärung. Er ist ein großes Risiko eigentlich, ja. Das ist völlig klar, denn für viele Beobachter stand der Sieg eigentlich fest, aber ein österreichischer Sieg. Auf ihn setzt Bismarck jetzt seine Hoffnung. General Helmut von Moltke. Er hat die preußische Streitmacht in drei Armeen geteilt. Getrennt kommen sie schneller voran, doch siegen können sie nur gemeinsam. Die dritte Armee aber bleibt im Aufmarsch zurück. Nur wenn sie rechtzeitig zur Schlacht eintrifft, kann Moltkes Rechnung aufgehen. Die dritte Armee naht im Eiltempo. Gegen Mittag gerade noch rechtzeitig erreicht sie das Schlachtfeld bei König Gritz. Die österreichische Flanke im Norden wird überrannt. Um nicht eingekesselt zu werden, müssen die Österreicher und ihre Verbündeten den Gegner angreifen. Für die Preußen die Gelegenheit, ihren Trumpf auszuspielen. Das preußische Zündnadelgewehr, der erste gut funktionierende Hinterlader. Damit können die Preußen schneller schießen und im Liegen nachladen. Ein tödlicher Vorteil gegenüber den mit alten Vorderladern bewaffneten Österreichern. Am Ende des Tages sind rund 15.000 Österreicher tot oder vermisst. Die Preußen verlieren 2000 Mann. Mit dem preußischen Sieg bei König Gritz ist der Krieg entschieden. Die österreichische Regierung bittet um Frieden. Johanna erlebt den Krieg in Bismarcks Briefen hautnah mit. Bekannte versuchen über sie, Einfluss auf ihn zu nehmen, wie sie schreibt. Hier sorgen sich alle Konservativen sehr, dass wir zu mild sein könnten gegen das feindliche Volk und bestürmen mich mit Bitten zur Wut anzureizen. Ihr Mann sieht das anders. Bei den Verhandlungen auf Schloss Nikolsburg bietet Österreich Preußen Frieden und freie Hand im Deutschen Bund an. Einzige Bedingung, Österreich will kein Land abtreten. Bismarck will annehmen. Nicht aber sein König, Wilhelm I. von Preußen. Später wird Bismarck sagen. Ich musste den Kaiser führen, wie man ein nervöses Pferd führt. Also er musste der Starke sein, der Kontenanz bewahrt, der ein Fels in der Brandung ist. Die preußische Armee steht im Siegeslauf. Erwarten Sie allen Ernstes von mir, dass ich Sie nun vor den Toren Wiens anhalten lasse. Wir haben unser Ziel erreicht, Majestät. Jeder weitere Tag birgt die Gefahr, dass Österreich Hilfe erhält. Wir müssen jetzt Frieden schließen. Unsinn. Man muss in Preußen sagen können, dass wir Österreich ins Fleisch geschnitten haben und es von uns am eigenen Besitz gezüchtigt wurde. Wenigstens ein gewisser Teil Österreichs muss unbedingt an uns fallen. Zum Beispiel könnte ein Teil Österreichs Deutsch-Böhmen sein. Majestät, unmöglich! Unmöglich? Ich sage Ihnen, was unmöglich ist. Ein Auftreten wie das Ihre. Die Politik in Preußen wird immer noch vom König gemacht. Sie können gehen. Bismarck hat erkannt, dass Österreich ein zukünftiger Bündnispartner für Preußen sein würde. Ein Bündnispartner, den man benötigt und den man nicht nun nach einem grandiosen militärischen Sieg auch noch demütigt. Auf den Widerstand des Königs färgiert Bismarck mit einem heftigen Weinkrampf. Er selbst erinnert sich Jahrzehnte später noch daran. Schließlich stellt er den Monarchen vor die Wahl. Falls Wilhelm das Angebot Wiens endgültig ablehnt, wird er, Bismarck, zurücktreten. Erst jetzt lenkt der König ein. Österreich behält sein Land und versöhnt sich schon bald mit dem Sieger. Bismarck erreicht sein Ziel. Dieser Bruderkrieg mit dem entsprechenden Ergebnis eines preußischen Sieges über Österreich hat dann die preußische Geschichte in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt. Preußen hat es tatsächlich geschafft, was Bismarck wollte, die Führung im Deutschen Bund zu übernehmen. Der Sieg über Österreich ist dem preußischen Vaterland ein Denkmal wert. Die Siegessäule in Berlin. Sie ist bis heute das zentrale Symbol für die deutsche Einigung durch Bismarck. An ihrem Fuß ein Bronzerelief der Schlacht von König Gretz. In der Mitte die vergoldeten Rohre von erbeuteten feindlichen Geschützen. Und an der Spitze eine Siegesgöttin, die den preußischen Adlerhelm trägt. Ein steinerner Triumph. Das siegreiche Preußen herrscht jetzt in Deutschland. Während Österreich geschont wird, annektiert Preußen Gegner wie das Königreich Hannover und vereinigt sich mit anderen zum Norddeutschen Bund. Doch der reicht nur bis zum Main. Durch ein Veto Frankreichs bleibt der Süden Deutschlands unabhängig. Nicht nur Frankreich will Preußen in Grenzen halten. Viele Süddeutsche, vor allem in Bayern und Württemberg, wollen die alte Unabhängigkeit bewahren. Erst ein Anschluss von außen bringt die Dinge wieder in Fluss. Er beginnt im schwäbischen Sigmaringen. Hier residieren die Fürsten von Hohenzollern, ein Zweig des preußischen Königshauses. 1870 bieten die Spanier dem ältesten Sohn des Fürsten, Erbprinz Leopold, die spanische Königskrone an. Der Prinz zögert, dann nimmt er an, allerdings nur auf Bismarcks Drängen, wie Briefe im Sigmaringer Staatsarchiv beweisen. Bismarck weiß, Frankreich ist gegen den Hohenzollern. Es fürchtet jeden weiteren Machtzuwachs Berlins. Bismarck provoziert Frankreich. Mit Kalkül. Er war ein Politiker, der sich auf die Situationen einzustellen verstand, dass dazu ein gewisses Maß an Skrupellosigkeit dazugehört oder an realpolitischem Verstand, wie man es nennen möchte, ist, glaube ich, tatsächlich gegeben. Der französische Außenminister ist alarmiert. Ein Hohenzoller auf Spaniens Thron ist für ihn unvereinbar mit der Macht Frankreichs und dem Prestige seines Herrschers. Kaiser Napoleon, der Dritte. Es ist also wahr, Leopold strebt danach, König zu werden. Sehr. Noch ein Triumph Preußens und die Franzosen werden nicht mehr Bismarcks Kopf fordern, sondern den Euren. Was schlagen Sie vor? Der preußische König muss Leopolds Kandidatur öffentlich und für alle Zeit unwiderruflich zurücknehmen. Eine solche Demütigung wird der König nicht so einfach hinnehmen. Er wird es schon tun. Sonst zwingen wir ihn dazu. Der Mann, der gezwungen werden soll, ist gerade zur Kur in Bad Ems. Hier erfährt König Wilhelm vom französischen Protest und vermittelt. Prinz Leopold zieht seine Kandidatur zurück, der Konflikt scheint beigelegt. Ein Irrtum, der Verzicht Leopolds reicht den Franzosen nicht. Sie wollen Preußen demütigen. Botschafter Benedetti verlangt eine öffentliche Garantie, dass kein Hohenzoller je den spanischen Thron besteigen werde. Majestät, bitte. Auf ein Wort. Graf Benedetti schon wieder Sie. Ist man denn nirgendwo auf dieser Welt vor Ihnen sicher? Ich störe Sie nur ungern, Eure Majestät. Wilhelm I. ist völlig überrumpelt. Sein Sekretär soll die Sache richtig stellen. Seine Majestät richtet Ihnen aus, der Verzicht Leopolds sei ihm aus Sigmaringen bestätigt worden. Er habe dem Herrn Botschafter nichts weiteres mitzuteilen. Das ist eine Depesche des Königs. Sie duldet keinen Aufschub. Offenbar hat ihn der Botschafter Frankreichs Benedetti persönlich aufgesucht. Schon heute früh. In Bad Ems. Der König hätte nicht mit ihm reden dürfen. Leopold hat verzichtet, das reicht. Der König hat seinen Fehler wohl bemerkt. Er hat seinen Sekretär geschickt, um klarzustellen, dass er mehr nicht tun kann und will. Das war's. Warten Sie. Wir werden die Depesche ein wenig kürzen. Et voilà. Die Nachricht aus Sigmaringen streichen wir. Und schreiben nur, der König hat dem Herrn Botschafter nichts weiter mitzuteilen. Punkt. Als habe der König ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wenn ich das an die Zeitungen gebe, wird es vor Mitternacht in Paris bekannt sein. Warten wir ab, wie Frankreich darauf reagiert. Bismarcks Plan geht auf. Die Veröffentlichung der Emser Depesche wird von Napoleon als Ohrfeige empfunden. Er handelt, wie von Bismarck erwartet. Frankreich erklärt Preußen den Krieg. Schuld sind beide Seiten. Doch Bismarck hat einen entscheidenden Vorteil. Durch die Kriegserklärung gilt Frankreich als Angreifer. In München wie in ganz Süddeutschland wollen jetzt selbst erklärte Preußengegner gemeinsam mit dem Norddeutschen Bund gegen Frankreich kämpfen. Der Krieg gegen Frankreich eint die Nation, wie es Bismarck erhofft hat. Sein ältester Sohn Herbert meldet sich zu den Waffen, wie so viele andere junge Männer überall in Deutschland. Auch der jüngere Sohn Wilhelm zieht freiwillig in den Krieg gegen Frankreich. Johanna von Bismarck kommt fast um vor Sorge. Aus ihrem Hass auf Frankreich macht sie keinen Hehl. Ach, es ist traurig, wenn man sein Liebstes in solcher Gefahr weiß. In den Krieg gegen solch hundemäßiges Viehvolk schicken muss. Und Nini ein Wort von seinen geliebtesten Kindern bekommt. Ob sie leben, ob sie gesund sind. Ihre Sorge ist begründet. Beide Söhne werden verwundet, doch überleben. Ihr Mann reagiert sofort. Entsetzt, traurig, besorgt. Vor allen Dingen Herbert von Bismarck, also der ältere Sohn, ist schwer verwundet. Er eilt dann ins Lazarett und schreibt sehr besorgte Briefe an die Mutter. Hier ist er tatsächlich der besorgte Vater. Erneut überrascht General Moltke den Gegner durch einen schnellen Aufmarsch. Ein Teil der französischen Truppen wird in Metz eingeschlossen. Von Chalon aus eilt Napoleon III. zur Befreiung der Stadt herbei. Bei Sedan kommt es zur Schlacht. Napoleons Streitmacht ist in schlechtem Zustand. Schwere Märsche, eine unentschiedene Führung und zu wenig Proviant haben der Moral der Truppe zugesetzt. Am 1. September gönnt der Kaiser seinen Soldaten eine Ruhepause. Ein schwerer Fehler. Die deutschen Truppen schließen einen Ring um ihre Stellungen. Sie sitzen in der Mausefalle, sagt Moltke. Der Generalstabchef baut diesmal nicht auf Gewehre, sondern auf Artillerie. Der Einsatz von Geschützen aus der Waffenschmiede Krupp soll die Entscheidung bringen. Feuer! Feuer! Im Trommelfeuer der deutschen Artillerie zerbricht die französische Armee. Am 1. September kapituliert Napoleon III. Bismarck schreibt seiner Frau, Es ist ein weltgeschichtliches Ereignis. Ein Sieg, für den wir Gott in Demut danken wollen und der den Krieg entscheidet. Noch gilt der Krieg als legitimes Mittel der Politik, so sehen es die Kontrahenten. Auf einer Landstraße vor Sedan treffen sich Sieger und Besiegter. Majestät, ich erwarte Ihre Befehle. Ich habe keine Befehle mehr zu geben. Dann lassen Sie uns über Friedensverhandlungen sprechen. Zu spät. Ich bin hier, um dem König meinen Degen anzubieten. Ist es der Degen Frankreichs? Nur mein eigener. Ich bin Ihr Gefangener. Über den Frieden entscheidet allein meine Regierung in Paris. An der Spitze von 100.000 Soldaten geht Napoleon III. in Gefangenschaft. Drei Jahre später stirbt er im englischen Exil. Das Kaiserreich stürzt, doch der Krieg geht weiter. Paris wird von deutschen Truppen belagert und bombardiert. All das reißt auf Jahrzehnte tiefe Gräben zwischen Deutschen und Franzosen. Befehligt wird die Belagerung von Paris aus dem nahen Versailles. Die Präfektur im Zentrum der Stadt wird königlich-preußisches Hauptquartier. Von hier aus werden auch die nächsten Schritte zur deutschen Einheit vorbereitet. Bismarck will die nationale Euphorie nach dem Sieg von Sedan nutzen, um die süddeutschen Staaten zum Anschluss an den norddeutschen Bund zu bewegen. Dafür schreibt Bismarck einen Brief an den bayerischen König Ludwig II. Er weiß, den Monarchen widerstrebt der Gedanke, sein Königreich in ein geeintes Deutschland zu führen, wie es die Mehrheit des Volkes und seine eigene Regierung wünscht. Und er kennt die Schwächen des Königs und gedenkt, sie auszunutzen. Traumschlösser? Wer soll sie bezahlen? Bismarck mit einer geheimen Millionenspende. Romantik gegen Macht. Im Gegenzug verfasst der bayerische König ein Schreiben, das Bismarck vorformuliert hat. Im Namen aller deutschen Fürsten bietet er König Wilhelm von Preußen den Titel eines deutschen Kaisers an. Bismarck steht kurz vor dem Ziel. Und nun ist die deutsche Einheit gemacht. Und der Kaiser auch. Doch einen muss er noch überzeugen. Wenn ich mich bereit erkläre, Kaiser zu werden, wünsche ich den Titel Kaiser von Deutschland. Und keinesfalls deutscher Kaiser. Euer Majestät, einen Kaiser von Deutschland, werden die Fürsten niemals akzeptieren. Sie hätten Angst, dass eure Majestät alleine regieren will, ohne sie. Soll ich denn nur den Grüß August spielen? Der Titel deutscher Kaiser ist inakzeptabel. Wenn denn überhaupt der preußische König seine eigene Krone ein Stück weit preisgibt zugunsten einer deutschen Krone, dann doch aber als Kaiser von Deutschland. Und hier gibt es dann eben in Versailles im Januar 1871 einen massiven Streit zwischen König Wilhelm, Otto von Bismarck und anderen Fürsten, die vor Ort sind, über die Frage der Titulatur. Dabei ist alles schon vorbereitet. Im Schloss von Versailles im berühmten Spiegelsaal des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. soll Wilhelm zum Kaiser ausgerufen werden. Und wie ist die Lage? Was denkt der König jetzt? Was hält er davon? Er will noch immer Kaiser von Deutschland sein. Und sonst nichts. Begreift er denn unsere Lage nicht? Wir balancieren auf des Messers Schneide. Kaiser von Deutschland ist unmöglich. Das muss er doch einsehen. König Wilhelm hat die Krone als Schmutzkrone bezeichnet. Er ist in erster Linie Preuße und in zweiter Linie Preuße und in dritter vielleicht Deutscher. Es geht ihm tatsächlich darum, dass er erkennt, was ja auch völlig richtig war, dass mit der Annahme einer deutschen Kaiserkrone die preußische Krone an Bedeutung verliert. Das ist das eine. Und das zweite, er will nicht deutscher Kaiser genannt werden, sondern er will keiner Kaiser von Deutschland genannt werden. Wenn denn überhaupt der preußische König seine eigene Krone ein Stück weit preisgibt zugunsten einer deutschen Krone, dann doch aber als Kaiser von Deutschland. Noch kurz vor der Verkündigung ist die Titelfrage nicht geklärt. Auf ihn kommt es jetzt an. Großherzog Friedrich von Baden. Er soll den neuen Kaiser ausrufen. Es lebe seine Majestät, Kaiser Wilhelm. Hurra! Mit einer geschickten Formulierung vermeidet der Großherzog den Eklat. Am Ende beugt sich Wilhelm dem Drängen Bismarcks und der Fürsten. Es bleibt beim deutschen Kaiser. Der Groll des Monarchen gegen Bismarck wehrt nur kurz. Zwei Monate später erhebt er ihn zum Fürsten. Kurz danach kapituliert Frankreich. Bismarck hat sein Ziel erreicht. Den preußisch-deutschen Nationalstaat. Endlich hat er wieder Zeit für ein paar Zeilen an seine Frau. Mein Liebling, ich habe dir schrecklich lange nicht geschrieben. Verzeih, aber diese Kaisergeburt war eine schwere. Ich hatte mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen. Nötige Geschäfte greifen mich wenig an, aber die unnötigen verbitteren. Zum neuen deutschen Reich gehören jetzt auch Süddeutschland und das französische Elsass-Lothringen. Für seinen Gründer Bismarck ist dieses Reich saturiert, ohne weitere Gebietsansprüche. Von nun an will er das Erreichte sichern und Frieden wahren. Die Rückkehr nach Berlin wird zum Triumphzug. Ein Augenzeuge schreibt, womit hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen. Beim Einzug der siegreichen Armee durch das Brandenburger Tor am 16. Juni 1871 jubelt Berlin. Das neue Reich erfüllt den Deutschen viele Wünsche. Glanz, Einheit und ein Stück Mitbestimmung. 1871 wird ein gesamtdeutsches Parlament gewählt. Der Reichstag. Wählen dürfen alle Männer über 25. Noch ist Politik reine Herrensache. Der Reichstag beschließt die Gesetze und den Haushalt. Doch den Regierungschef, den Reichskanzler, bestimmt allein der Kaiser. Bismarck verbindet Altes und Neues? In einer Zeit massiver politischer Umbrüche. Das ist die zentrale Essenz seiner Innen- wie auch Außenpolitik als Reichskanzler. Er hat natürlich bestimmte Zielsetzungen. Das bedeutet vor allen Dingen die innere Einigung Deutschlands voranzutreiben. Durch Einführung von einer gemeinsamen Währung, von gemeinsamen Maßen, der Aufhebung von Zeitzonen, die man damals noch hatte, von denen man heute nichts mehr weiß. Er wird durch ein bedeutendes Gesetzgebungswerk im Reichstag, wie auch im Preußischen Landtag, tatsächlich die innere Einheit ganz erheblich vorantreiben. Die Reichsgründung gibt den Anstoß für einen rasanten Aufschwung. Gründerjahre. Aus dem Berlin der Markgrafen und Könige wird eine moderne Metropole. Die Einwohnerzahl der neuen deutschen Hauptstadt verdoppelt sich bis 1912 auf über zwei Millionen Menschen. Berlin ist damit hinter London, New York und Paris die viertgrößte Stadt der Welt. Aus einer agrarisch geprägten Gesellschaft, wie sie Bismarck als Kind erlebte, wird eine moderne Industrienation. Der Motor des gewaltigen Umbruchs im ganzen Land ist das erste deutsche Wirtschaftswunder. In den ersten vier Jahrzehnten nach der Reichsgründung verdreifacht sich das deutsche Sozialprodukt. 1890 arbeiten zum ersten Mal mehr Deutsche in der Industrie als in der Landwirtschaft. Der wirtschaftliche Wandel schlägt sich auch politisch nieder. In den Städten wächst eine neue, selbstbewusste Schicht heran. Die Arbeiterschaft, Stammwähler der Sozialdemokraten, einer neuen Partei. Sie hält Monarchie und Adel für überholt. Hochverrat in den Augen Bismarcks. Mit dem sogenannten Sozialistengesetz lässt Bismarck die Partei verbieten. Ihre Versammlungen und Zeitungen sind jetzt illegal. Bei Verstoß drohen Geldstrafen und Gefängnishaft. Nicht nur Sozialdemokraten werden von Bismarck bekämpft. Auch die katholische Kirche trifft der Bannstrahl des mächtigen Reichsgründers. Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Aus dieser Grundanlage seines Politikverständnisses entwickelt er eben einen Kampf gegen die von ihm so gestempelten Reichsfeinde. Die ethnischen Minderheiten, die Polen, die Dänen, die Franzosen und die politischen Minderheiten in Anführungsstrichen. Das heißt die Sozialisten oder die Sozialdemokraten, die Anhänger der Sozialdemokratie und die Anhänger des politischen Katholizismus, also die Katholiken. Eine Politik mit Zuckerbrot und Peitsche. In rascher Folge führt Bismarck eine Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung ein. Meilensteine auf dem Weg zum Sozialstaat. Doch ihren eigentlichen Zweck, den Sozialdemokraten die Anhänger zu nehmen, erfüllen die neuen Gesetze nicht. Trotz Verbot der Partei dürfen Sozialdemokraten wählen und gewählt werden. 1881 erhalten sie bei den Reichstagswahlen 6% der Stimmen. 1890 sind es schon 20%. Im neuen Reichstag sind die Gegner Bismarcks in der Überzahl. Innenpolitisch ist der Kanzler am Ende, doch aufgeben will er nicht, auch wenn er sich oft krank fühlt. Daran ist auch sein Lebenswandel schuld. Zum Wohl. Stress kompensiert Bismarck gern mit leiblichen Genüssen. Johanna lässt ihn gewähren. Er hat übermäßig, muss man schon sagen, gefressen und getrunken. Aber ich denke mal, ohne das hätte er sich gar nicht so lange halten können. Es war einfach die andere Seite, die das Gleichgewicht wiederhergestellt hat. Und zum Glück hatte er seinen guten Leibarzt, den Dr. Schwenninger, den er auch in den höchsten Exzessen immer gerufen hat, laut Hals, der müsste jetzt kommen und ihm eine Diät verschreiben. Nur so überlebt er am Ende Kaiser Wilhelm I., unter dem er 26 Jahre als preußischer Ministerpräsident und 17 Jahre als Reichskanzler gedient hat. Auf seinem Vertrauen ruht Bismarcks Macht. Nur der Kaiser kann ihn laut Verfassung entlassen. Es war nicht immer leicht, unter Ihnen Kaiser zu sein. Majestät waren oft schwerer zu überzeugen als die Österreicher und sogar als die Franzosen. Sie müssen jetzt meinem Enkel beistehen. Er hat Verstand, Aber wenig Erfahrung. Und hochfliegende Pläne. Sein Vater, der Kronprinz, ist bereits todkrank und wird den sterbenden Kaiser nur wenige Monate überleben. Auf einen 90-Jährigen folgt bald ein 29-Jähriger. Wilhelm II. will nicht unter Bismarck Kaiser sein. Sechs Monate will ich den Alten verschnaufen lassen, dann regiere ich selbst, erklärt er. Wilhelm II. war lange Zeit als Kronprinz durchaus ein Verehrer Otto von Bismarcks. Er hat die Leistung Otto von Bismarcks in hohem Maße gewürdigt. In dem Moment, als er selbst Kaiser wird, entscheidet Wilhelm II. für sich, dass er, anders als sein Großvater, sich von diesem Otto von Bismarck aber nicht gewissermaßen die politischen Linien vorschreiben lassen möchte. Bei der Eröffnung des Reichstages durch den neuen Kaiser rückt der Maler Bismarck noch einmal in den Mittelpunkt. Doch er steht allein, isoliert. Das Parlament ist mehrheitlich gegen ihn und Wilhelm will selbst regieren. Im März 1890 erhält Bismarck seine Entlassungsurkunde. Den Ausschluss von der Macht wird er dem neuen Kaiser nie verzeihen. Trotz aller Ehren, mit denen er von Wilhelm II. überhäuft wird. Heuchler, du wirst alles ruinieren. Seine Regierung endet, wie sie begonnen hat. Im Streit mit dem Kaiser. Wer aber war dieser Mann, der Zeitlebens polarisiert hat? Er war weder revolutionär noch reaktionär. Er war ein Konservativer mit einer Öffnung zur Zukunft, mit einer Bereitschaft für neue Lösungen und er war ein Visionär. Und ich glaube, er würde sich selber sehen als einer, der gedient hat. Und er wusste, nur wer dienen kann, kann auch herrschen. Sein Abschied wird als Ende einer Ära empfunden, auch im Ausland. Der Lotse geht von Bord, schreibt und zeichnet die englische Zeitung Punch. Nach der Entlassung zieht sich Bismarck auf seinen Landsitz Friedrichsruhe bei Hamburg zurück. Krankheiten machen ihm zunehmend zu schaffen. Dann stirbt Johanna nach 48 Jahren Ehe. Der Tod von Johanna war für Bismarck der schlimmste Schlag nach der Entlassung. Er konnte ohne sie nicht mehr weiterleben und er wollte auch nicht weiterleben. Er ist nur noch einsam durch den Wald gelaufen, er wollte niemanden mehr sehen. Er hat innerlich mit ihr weitergesprochen und er hat einfach überhaupt keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen. Am 30. Juli 1898 stirbt Otto von Bismarck. Er geht ein in die Geschichte als der Mann, der den deutschen Nationalstaat schuf. Das von ihm geschaffene Reich, seine Nachfolger werden es verspielen.